Was ist die Europäische Union viel stärker soziale Themen in den Mittelpunkt drückt, auch ihrer Verantwortung, weil viele Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion haben direkte Auswirkungen auf den Wettbewerb, auf die wirtschaftliche Situation in den Mitgliedstaaten. Und Bürgerinnen und Bürger brauchen auch verlässliche Rahmenbedingungen. Und da, glaube ich, muss die Europäische Union die Sozialpolitik stärken.